Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Vorstellungsvideo. Und heute möchte ich euch folgende Mod vorstellen. Die Dino Kairos Mod. So sieht das Ganze aus. Finde ich mega gut gelungen. Können wir uns den ja gleich nochmal in Ruhe anschauen, im pausierten Zustand, wenn er gleich hier frisst. So, jetzt steht er gerade. Perfekt, da pausiere ich mal ganz kurz. Und jetzt könnt ihr das Model euch nochmal angucken. Kommt für den Agro-Kantosaurus ins Spiel. Und der sieht einfach komplett anders aus. Sieht gar nicht aus wie der Agro. Das Einzige, was ein bisschen an den Agro ändert, ist dieser bullige Körper und dieses Segel. Aber ich finde das Model wirklich sehr cool. Denn den Dino Kairos habe ich genau so in Erinnerung. Das Einzige, was mir hier noch ein bisschen fehlt, ist die... Das Gefiederte, also die Federn. Ich kenne den halt noch so ein bisschen gefiedert. Ich kann mal eben zwei Fotos oder so für euch einblenden, wo ihr dann mal das Ganze in Gefiedert seht. So kenne ich den Dino Kairos. Das wäre natürlich nochmal eine Nummer cooler gewesen. Aber ich muss sagen, vom Körper her und vom Model her sieht der schon richtig, richtig gut aus. Das Einzige, was ein bisschen mich stört, ist, dass wenn er schreit oder wenn er gleich frisst oder sowas, dass dann hier die Schnauze ein bisschen komisch aussieht. Werdet ihr gleich aber auch sehen. Habt ihr vielleicht auch gerade schon gesehen beim Schreien. Aber ansonsten wirklich gut hochauflösend, die Textur. Model sieht wirklich super aus. Die Farben sehen super aus. Sind auch bei allen Skins ein bisschen unterschiedlich. Also wirklich eine sehr gelungene Mod. Ich mag das hier bei dem normalen Skin auch sehr gerne mit der roten Farbe. Das sieht echt cool aus. Dann friss mal für uns. Ah, jetzt seht ihr das. Die Schnauze ist so ein bisschen komisch beim Fressen. Der Unterkiefer geht immer so nach vorne. Und auch hier das Fleisch sieht ein bisschen komisch aus. Aber das liegt einfach daran, dass er halt für den Agro reingemacht wurde in das Spiel. Weil er wahrscheinlich von der Körperhaltung her am besten gepasst hat. Finde ich aber nicht so schlimm, dass solche Animationen dann nicht mehr ganz so cool aussehen. Bin aber trotzdem nochmal gespannt auf die Angriffsanimation und sowas. Weil der Agro hat ja diese Kopfnuss beim Angreifen. Das sieht bestimmt cool aus bei dem. Ich hoffe, das trifft dann auch einigermaßen. Hey, wo gehst du hin? Wollen wir das trinken auch noch? Sehen wir mal kleiner. Sieht schon witzig aus mit dem Unterkiefer. Aber wenn man den so vom Beiden beobachtet, wie sieht es dann aus? Dann fällt das wahrscheinlich gar nicht groß auf. Guck mal, dann sieht es fast so aus, als wenn er einfach nur normal trinkt. Also den kann man schon auf jeden Fall in seinen Parks benutzen, weil das Model wirklich mega, mega gut aussieht. Das hier ist jetzt nochmal das Dschungelmuster. Beim Schrei ist der Unterkiefer richtig cool. Sieht auch richtig gut aus. Komplett anders von den Farben. Aber sehr natürlich. Auch schön hier mit diesem leichten Grün und Beige und Gold da oben. Beziehungsweise Orange. Die Renne-Animation sieht auch super aus. Die Clown hier finde ich auch sehr cool. Die Vorder-Clown. Ist schon eine sehr schöne Mod. Also sehr gelungen. Ich glaube, das ist auch die erste Mod, die ich mal für den Agro-Kanto mir anschaue. Wobei, wir hatten schon mal eine. Die hat den Agro ein bisschen verändert. Aber die hat keinen neuen Dinosaurier reingebracht. Der hat halt so eine richtig besondere Körperhaltung. Der ist halt mehr so nach vorne gebeugt, der Agro. Und auch hier das mit dem Schweif sieht cool aus. Ist halt komplett anders als die anderen Terror-Poden. Und das hier ist jetzt nochmal das lebhafte Muster. Die sollten übrigens gleich auch kämpfen, weil ich glaube, der Agro-Kanto, der mag es sozial nur mit maximal zwei in einem Gehege. Oh, der sieht auch richtig gut aus. Mit dem Violett da drin. Und dem Weiß. Auch sehr, sehr schöner Skin. Oh, da hinten fressen sie gerade eine Ziege. Das sieht natürlich auch komisch aus. Konntet ihr jetzt gar nicht richtig sehen. Vielleicht können wir uns das gleich nochmal angucken bei der Ziege hier vorne. Ah, sieht gut aus, ja. Oh, ja. Die Ziege. Ja, das ist halt, weil das Model komplett geändert wurde. Die Animationen passen da leider nicht mehr ganz so. Bin mal gespannt, wie das gleich beim Campen aussieht. Diese Animationen hat der Agro-Kanto ja auch noch. Die sieht aber sehr gut aus, muss ich sagen. Ist auch richtig cool hier aus im Bauch. Oh, das sieht nice aus. Die Geräusche sind auch cool. Und jetzt wird hier schon gekämpft. Oh, die Animation sieht aber gut aus. Die hat perfekt getroffen. Ja, die sieht richtig gut aus, die Animation. Die beiden mit ihrem Unterkiefer. Ja, das sah doch nicht schlecht aus. Das wird jetzt vermutlich hier tödlich enden für den Linken. Dann sehen wir da gleich auch nochmal die Kill-Animation. Die wird wahrscheinlich wieder ein bisschen verpackt aussehen. Oh. Was wandert er denn durchs Bild? Ist aber schon mal sehr cool, dass die Kopfnuss- und Angriffsanimation so gut aussieht. Der Kopf ist jetzt unten. Und da wird er gepackt. Und zu Boden gebracht. Ja, ist natürlich ein bisschen daneben geschnappt. Aber das macht nichts. Hat er eigentlich gar keine Zähne? Ich glaube, der hat gar keine Zähne in der Schnute. Ich warte mal eben, bis er das Maul aufmacht. Dann können wir mal kurz nochmal pausieren. Jetzt können wir nochmal auf die Zähne achten. Ich glaube, der hat halt wirklich keine im Maul. Ich weiß gar nicht, wie das in echt war. Das war ja, glaube ich, auch eher so ein Dinosaurier, der gerne sich in Wasserbereichen aufgehalten hat. Ne, Zähne hat er nicht. Ja, die Ziegen-Animation ist natürlich leider komplett weird. Aber trotzdem, meiner Meinung nach eine sehr coole Mod. Das mit den Animationen kann man dann leider manchmal nicht alles richtig hinbekommen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Aber ein sehr, sehr interessanter Dinosaurier. Gerade von der Körperhaltung her und vom Model her. Finde ich super cool. Die Mod ist natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, diese kleine Vorstellung hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Ich wünsche euch noch einen Tag.